So, Bildschirm gewendet und dann wollen wir mal. So, heute machen wir das Dach fertig und ja, den Rest würde ich sagen, nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS. Wir sind schon bei der 32 und wir haben schon fast, naja, das ist fast, fast schon die Hälfte hinter uns. Mein Gott, das muss ich ehrlich mal sagen, das ging jetzt okay, zucki. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja von meinen Funny Moments erzählt. Naja, was machen wir in einer heutigen Folge? Ach, keine Ahnung, darüber reden wir. Ach, wir machen einfach, ich erzähle euch einfach an dem Baugeschehen. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eben schnell noch dazu. Jetzt habe ich hier wieder eine Spitze. Und dann ziehen wir jetzt endlich mal das Dach hoch. Dann hoffe ich mal, dass es vielleicht gut aussieht. So, hier geht es ja auch noch easy-beasy weiter. So, zack. Und zack, 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 zack. Bum, bum, bum. Oh, das war geplant. Ja, völlig. So. Bum, bam. Bum. So. Ähm, also natürlich bleibt die Grundstruktur jetzt nicht so. Ich werde da natürlich noch ein paar Feinheiten reinhauen. Aber jetzt erstmal bauen wir das Grundgerüst auf. Na, dieser Shader, der ist echt verrückt, ne? Ja, ich muss da nachher mal einen anderen reinsetzen. Ich habe nämlich noch ein paar andere gefunden. In meinen schönen Ordnern. Und weil dieses, ich weiß nicht, ob das verpackt ist oder was das hier ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen tut. Auf jeden Fall, aber ich gucke gerade in der Aufnahme, ne? Aber irgendwie. Ne, ich sah nicht so wirklich was. Naja, ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr da irgendwas seht. Wo wollte ich das machen? Oh. Ja, genau so. So wird das gemacht und nicht anders. So. Weiter machen. Zackig. Oh, ja genau. Da gehört er hin. Ja. Voll praktisch, dieser Magnetmodus, ne? Vor allem, wenn man eben in luftiger Höhe arbeitet. Man muss nicht nach unten, um sich die ganzen Sachen einzusammeln. Sondern hat die dann direkt... Boah. Direkt wieder im Inventar, weil die per Magnetmodus zurückkommen. Eins ist der Nachteil, ist, wenn man mit jemandem zusammenspielt. Manchmal kommt es zu mir dann zurück, wenn derjenige nicht schnell genug reagiert. Aber da gibt es ja auch Tricks und Wege, wie man das abändern kann. Jetzt machen wir mal, dass wir mal einen kleinen Flow kriegen hier. So. So. Und dann mal. Achso. Ich sehe gerade, mein Sprachachricht ist eingekommen. Je, ich brauche den nicht mehr nicht. Für Funny Moments 9. Aber ich wüsste ungefähr, wann ich das hier aufnehme. Vor dem Release von Funny Moments 9. Da bin ich auch noch nicht. Ups. Ja. Hört hier absolut hin. Geht bestimmt toll aus. Ja. Gemoppelt, gemoppelt hält besser, sagt man doch so schön, ne? So. Weiter geht's. So. Oh. Ja. Hey. Ganz steil. Warte, ich versuche das jetzt mal auf dieser Raum. Ja, ich glaube, das geht noch langsamer, ne? So. So. Dann wollen wir mal gucken. Oh. Yay. Also bauen kann ich die Identität, ne? Also das habe ich jetzt gelernt. So. Oh. Ja. Ja. Man muss nur wissen, wo man dieses Quagenkreuz und drunter entlastet. Sehr schön. Wunderbar. Hey. Ja toll. Jetzt gucken wir mir zu, während ich so ein Dach ziehe. Oh gut. So. 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 Jetzt ein paar Meter. Ja. Ja. Das heißt auch. Bin steilisch veranlagt. So. Weiter geht's in den Text. So. Schade. Na ja. Ich weiß. Mit World Ed. Ja. 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 Das sollte Giebel werden. Deswegen habe ich den da hin platziert. So. Mal. Ein bisschen höher. und dann ziehen wir die nächste Leip. Bam, 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 bam. Ja, welchen Knopf kann ich heute euch an die Backe laden? Ja, mein Tag war anstrengend. Oh. Das war nicht gut. Upsala. So. Ja, ich brauche ja noch Hiveslips, ich nudel. Ja. So wird es viel zum Thema organisiert sein, ne? Letzte Folge die Streppen gemacht, damit man die schon mal hat. Ja, damit vergesse ich die Hiveslips. Yay. Oh. Wollte mal ein neues Teil ausprobieren. So. Und dann jetzt in die nächste Richtung. Oh. Geht ja doch schneller als ich dachte. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die ganzen Treppen. Kriegen wir das? Ja. Oh. Ja. Und zwar. Not good. Oh no. Die letzte Reihe jetzt hier. Kein Kommentar. No comment. So. Dann machen wir das jetzt hier auch mal. Also wenn wir dann hier das Haus, äh, also als Grobbau fertig haben. Oh. Ähm. Gucken wir, dass wir auch endlich mal das, äh, Rathaus fertig kriegen. Weil das, äh, oh. Nein. Oh, du kannst ja mal versuchen, wenn da. Sag schnell. Wenn da Fackel abzubauen. Das ist bestimmt wunderbar. So. Und dann ziehen wir jetzt einmal hier. So. Da wissen wir ja, ob die ersten beiden Reihen funktionieren natürlich hervor... Äh. Entschuldigung. Ich hatte gerade gegessen. Ähm. Ja. Wunderbar. Das geht doch einfach mal an das Telefon. Oh. Aber wir haben ja welche, die drangehen. Also. So. So. Wie hab ich das Gefühl, ich bin zu hoch, oder? Ob das funktioniert? So. Dann mach ich die letzten paar Meter. Und dann haben wir es. So. So. Dann werden wir auch gleich wissen, wie... Wie ich die Balken setzen kann. Also. Ich glaub, irgendeine Folge hatte ich das mal angesprochen. Also ihr könnt euch, ähm, diese Wohnungen hier bewerben. Das heißt, ihr bekommt unten ein Türschild. An die jeweilige Wohnung wird auch als Türschild gesetzt. So. Jetzt aber. Und... Naja. Und ihr könnt mir dann praktisch in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Wohnung eingerichtet haben möchtet. Außer... Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Ihr habt Minecraft. Wenn ihr das natürlich habt. Das ist natürlich hervorragend. Voraussetzung ist aber. Ihr müsst auf der 1.7. Auf der 1.7. Die müsst ihr haben. Und... 1.7.10. Ja, also die Mods, äh, die ich hier verwende, die bekommt ihr dann von mir zugeschickt. Und, ja. Dann könntet ihr im Grunde eure Wohnung über einrichten. Es gibt eine, erst wieder Folge. Oder wir machen es mal in einem Livestream. Ja, wie gesagt. Also bewerbt euch. Ähm, es ist natürlich nicht nur für dieses Haus hier. Sondern jedes Haus, was ich hier baue, ist... Es sind auch Wohnungen mit integriert. Außer halt die Geschäfts... Ähm, Gebäude. Da natürlich, äh, geht's nicht. Aber da kann man hinterher... Also in erster Linie geht's jetzt erstmal nur um die Wohnung. Weil ich würde da schon etwas Leben reinbringen. Und, ja. Und während des Livestreams oder so könntet ihr... Also sagen, eure Wohnung einrichten. Oder ihr sagt, nee, ich möchte das mit dir in einer Together-Folge machen. Dann ist das natürlich auch mal machbar. Und, äh, ja. Auf jeden Fall schreibt da mal fest, ich in die Kommentare, wie ihr denn... Ja, ja. Natürlich, ähm, werden die... Werde ich die Wohnungen moderieren. Dann könnt ihr eine Nummer in die Kommentare schreiben, welche ich hier hab. Ist natürlich blöd, wenn jetzt mehrere sich auf eine Wohnung bewerben. Dann halt mit einem schönen Text dabei, warum ihr unbedingt diese Wohnung haben müsst. Oder beziehungsweise, warum ihr diese unbedingt haben wollt. Und, ja. Und dann machen wir per Zufallsprinzip. Ähm, will ich dann halt hier drücken aus. Ja. Sozusagen einziehen. Geht da schwierig. Ich glaub, das sieht man die Männer. Ach, ziehen. Muss ich mal nachher machen, äh, wenn ich im Schnitt bin. Dann seh ich das, ob diese Muschen Axta, oder was das immer es ist, äh, zu sehen sind. Natürlich blöd, aber was soll ich machen, ne? Ja, was soll ich machen, indem wir einfach den Shader wechseln? Aber das mach ich nach der Aufnahme. So. Das sind die letzten paar Meter, und wir haben's gleich geschafft. Und jetzt sag mir bitte nicht, ich hab Hunger, doch. Wollte schon grad sagen. In der Reihe muss ich nämlich noch. So, das ist aber knapp, ne? Also, Ziegelsteine gehen ja hier. Obwohl, wenn ich hinterher noch ein paar austausche, dann, äh, gehe ich ja wieder welche zurück. Weil, es wird nicht nur einheitlich bei den Geht doch. Äh, bei den, äh, Netherziegeln hier bleiben. Also, da wird schon noch ein bisschen Struktur, da kommt noch ein Kamin rein. Bis jetzt muss ich sagen, hat was. Hat was. Hat was, ja. Ähm, jetzt gefällt's nicht. Ja. Punkt. Natürlich sehr praktisch, jetzt mein Einstiegsloch hier, ne? So, hab ich denn noch? Nein, hab ich nicht. So. Ja, so viele brauche ich auch, weil, wie ihr ja wisst, muss ich gleich noch Heistlabs machen. Ah, siehste. Pupsi, Pupsi. Und, das wird im Klärbeigen werden. So. Natürlich, ah, jetzt. Ich muss ja sagen, also, viel an, äh, sagt, schnell. Schräge ist da jetzt auch nicht drin, ne? Hält sich noch in Grenzen so. Der Schräge, aber, ist aber eigentlich in so einem Altbau nicht unüblich, ne? Das wissen wir ja. So. Das geht natürlich dann der Flutter. Yay, Zug lässt grüßen. Oh, das fahren wir schnell jetzt. So. Und die nächste Reihe. Pups. Falsche Richtung. So. Eins, zwei, drei. So. Äh, ja. Also mit dem Ausstieg muss ich mir nochmal was einfallen lassen, dass man da eventuell nachkommt, auf die Linie. Oh, bin ja schon am Ende. hier. So. Jetzt rein. Und dann können wir vielleicht da dran machen, die Hiveslip. Dann zeige ich euch, was ich damit meinte. Dass man diesen altertümlichen Stil hier komplett durchziehen kann. So. Da war's. Jetzt können wir einfach runter. Geht ja eigentlich, ne? Da kommen keine Fenster rein, aber hier müssen Fenster rein. Geht ja eigentlich, ne? Dann ziehen wir da und auf der Wand. Können wir auch Fenster machen, weil da hinten raus ist ja Moment, ich hab doch jetzt hab den nicht gesehen. Können wir nämlich jetzt hier auch direkt mal so ein paar Fakten setzen. Ja, ein Geländer muss da auch noch hin. Ja, wenn die... Hä? Was packt ihr denn jetzt da? So, oder? Hallo, gehst du mal vorwärts. Danke. So, jetzt bedarf ich den jetzt. So, jetzt in die nächste Etage. Und dann hier und hier und eine hier. Ah, hier hatte ich ja schon. Ja, hier hab ich schon. Aber dann kann man da noch Fläche setzen. Und die nächste Etage. Ja, hier hatte ich ja auch schon gesetzt. Und dann sind wir auch schon unten. So. Die Eingangstür. Ja, perfekt. Da hat man so heiß aus. Ja, gefällt mir. Ja, die Brandwände. Dann nehmen wir das. So. Der Bauplan ist auch schon fertig. Aber, wie gesagt, also als nächstes Jahr mal gucken wir das bei diesen Kolos da fertig kriegen. und dann nehmen wir das. So. So. Wunderbar. Achso. Wieder zurück. Wolltet doch die Halsschläps, um euch zu zeigen, welchen Effekt ich damit eigentlich empfehlen würde. So. So. Ja, okay. Eigentlich ein Kuhlörner. Ich mach's. Die sehen ja mal voll dolle aus. So. Natürlich komme ich jetzt von mir aus nicht mehr dran. Aber. So. Dann ziehen wir jetzt einmal. Ich hoffe, das reicht. Und? Wo bist du? So. Ach, da bist du. Na, hallelujah. Ah, Mann. Du zahlst aber keine Miete, ne? Oder? So. Ja. So dazwischen zu kommen, ist aber auch nicht gerade einfach. So. Jetzt ziehen wir das erst mal als komplett hier zu Ende. Ja, du musst. Hehehe. Diese Patschgeräusche, wenn der läuft. Das hört sich an. So. Dann machen wir das jetzt so. Also geht das nämlich wesentlich viel schon. Oh. Okay. Das ist aber nicht geplant. Wohl. Oh. Ja. Wir bauen ein Dach. Mitten in einem Raum. Okay. So. Das ist aber ein bisschen warm. Okay. Okay. Okay, wir sagen jetzt nichts dazu. So. Nicht normal jetzt, ne? Soviel habe ich mich bei den anderen Sachen noch nicht verbaut. Ja, das einzige, woran ich mich jetzt noch, ähm, was ich mir jetzt noch überlegen muss, ist, äh, wie ich die Raumeinteilung mache. Also groß werden diese Wohnungen nicht, aber das werden wir schon hinkriegen. Und vor allen Dingen aus welchem Stein. Am besten so namormäßig, ne, könnte man dabei einpassen. Ja. Oh yeah, also heute soviel habe ich mich hier. Hello? Könntest du dich jetzt mal bitte an die Stelle setzen, wo ich dich haben will? Ah, geht doch. Widerspenstige Treppe. Jetzt. Ne, die mag mich nicht mehr. Die Treppen mögen mich nicht. Ne, 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 ne. So, jetzt erstmal den Fehlbau weg. Dich weg. Weil Stolperfallen brauchen wir hier nicht. Dich weg. Dich weg. Weil Stolperfallen brauchen wir hier nicht. Dich weg. Dich weg. Kann ich euch den Effekt nicht. Kann ich euch wohl zeigen. Aha, kann ich. Ich kann euch den Effekt zeigen. Ich muss erst mal. Ich nehme die Abkürzung. so, und zwar oh ihr seht ja, wie gesagt, da gehen noch die Fenster aber ich kann euch ein bisschen zeigen der Effekt oh, das waren sie alle ist wie ihr seht diese Einwuchtung das ist voll genial kann ich dir so genial dass ich die dann halt übernommen habe oh, nächstes oh, ich glaube, die nächsten 12 äh, siebte ich glaube, hier hatten wir schon da ist der Boden jetzt drin mit der Holzboden machen wir uns mal hier eine Markierung und dann zumindestens die letzten 12 Stück dann noch verbauen so dann hätten wir die Wohnungen also haben wir jetzt insgesamt drei Wohnungen ne drei Wohnungen also drei Wohnungen sind halt so Metro sobald die fertig mit dem äh, sagt schnell ja, mehr hab ich nicht ähm ja, sobald hier alles steht die Fenster drin sind und so weiter darf sich beworben werden also darf darf man sich bewerben so, dann könnte man ja mal eben hier gucken jetzt gerade dunkel draußen ey, sowas symmetrisch gemacht na halleluja sowas kriege ich hier so, dann müssen wir gucken hier oder lieber hier ja, obwohl das geht wenn man dann 12 sagt dann machen wir hier nochmal wieder ein Fenster hin hallo dank äh, ja ähm ja ja ja, passt doch können wir da nochmal eben so ein zweier Fenster hin tun so jetzt haben wir hinten raus ein Fenster da können wir nicht weil das ist eine Brandwand so noch eine Höhe okay okay so das heißt auf diese Wand müssen wir auch ein Fenster machen das ist so so eins, zwei das wäre hier also können wir das nicht eben eins, zwei, drei eins, zwei, drei naja aber umso mehr ich würde das jetzt und dann eventuell ja doch jetzt sieht das mal so aus so dann gucken wir eben noch oh oh, oh, oh die Zeit boah das geht sich dann hier so ganz komplett durch aber das, was ich gebräumt habe funktioniert wahrscheinlich mit den beiden Fenstern nicht aber wir machen hier ein Einartfenster hallo du bist lebensmöde, ne ja gut dann würde ich mal sagen gehen wir mal eben die andere Perspektive was ist das wieder für heute ja wenn ihr neu auf dem Kanal seid würde ich mich über ein Abo ja gut ich kann sprechen über ein Abo und euch freuen wenn ihr die Glocke mit aktiviert verpasst ihr natürlich nichts mehr ja in dem Sinne sage ich dann einfach mal bis zum nächsten Mal macht's gut haut rein und ciao